Wir müssen irgendwie auf den komischen Satelliten-Schüsselpunkt da oben kommen, da oben sind sie wie die Verrückten. Already a Galaxy-Drop coming in, watch out! Obwohl ich an Sanitator bin. Hab ich das geschafft in der Roboter? No one dropped out. Woah, Alter. Piss off. Piss off, geil. Oh, warum ist er? Stirbt der jetzt mal? Na, natürlich nicht. Da soll ich mal mein Regenationsding drauf machen, da hab ich glaube ich mehr. Das war keiner von uns. Was? Hinter euch, hinter euch kommt einer rein, Vorsicht! Boah Alter, das ist ja der Hunderter, Mann. Oho. Oho. Werden ist gegangen? Sven? 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 Wo ist er hin? Keine Ahnung. Vielleicht wurde von Dacke moved. Ich bin in der Aufnahme. Ja und? Ich bin in der Aufnahme. Oh ne, er ist wieder da. Oh fuck doch die Henne jetzt, das ist doch nicht normal. Ey Punoh, könntest du überhaupt halt so verreckt die ganze Zeit, bitte? was hat er da gewollt dass du dich beleidigen sollst er hört mit wie kann wie kann es ihm einfallen dass er uns während der aufnahme dich entzieht ja er hat es ja nicht den Aufnehmer rausgenommen sollte er nur ausgehen so ne kacke nicht machen sollst ich ihn beleidige ich bin kompliziert ich beleidige ihn noch gar nicht was labert ihr warum ja faktor doch wenn der Lieder sagt beleidigt ihn dann beleidigst du ihn was ihr labert ja musst du ihn sagen ich will ich muss gar nix ich muss die Leute töten so okay das musst du echt nicht kannst du nicht mal was sinnvolleres machen einen getötet sinnvoll genug oh einen einen ich bin Platz 60 der Art der Erlösung ist ein kleines Alter oder wie das auch drückt habe ich einfach habe recht gut bin auf der Straße ich sehe keinen einzigen hier hinten hinten vielleicht andere Seite Alpha-Weg-Funk, hast du zwei Sanderer, zwei Lightning, drei Liberator, ein Haaracer, zufrieden? Nö, sie sind nix. Hättest du mir das auch wieder geklärt, dass ich keine Fahrzeuge hätte? Wir können einfach nix, das sollst halt kaputt machen. Ach, du bist ja doch kaputt. Ja, ich komm, Moment, ich komm rüber und mach's kaputt. Oh, ich hab ne Mexiko. Kann das mal jemand reparieren? Und... Nö. Oh, schnell rein. Die mit ihren scheiß Panzer-Killer-Lips. Ja, die sind übel. Die fressen die Scheiße, Alter. What? Na, Mann, Leifer. Okay, sollte mich bewegen, selbst wenn ich mit Lock-On spiele. Wah, shit. What the... Das sind echt Leifer unterwegs, ich glaub ich muss umswitchen. C4-Raxium-Mal. C4-Raxium-C4. Dafür musst du übelst hart farben. Da musst du übelst gut sein. Ne, farben. Kann ich gut sein zu tun. Weil C4 ne Gruppe werfen, kann ich auch. Aber dafür musst du halt die ganze Zeit nichts anderes versuchen, wie in den Gebiet reinzurellen, C4 zu 10 und zu 10. Ja, aber du brauchst ja über 1000 Kills, oder? Ich snipe es da weg. Boah. Snipe da die Leute von ihrer Satellitenschüssel runter. Mach ich ja auch. Ja, sollst du doch gar nicht. Warum? Lass sie doch auf der Satellitenschüssel. Ich störe mich da oben, aber das sieht so scheiße aus, rot. So, Velti ist jetzt auf Horst hin gegangen. Tschüss, Velti. Und unser ganzes Aurif, denke ich, ist schon wieder 1500 Meter entfernt. Wo genau ist Dark? Wir hätten 96 gegen 96 Scarfield fight. Was für ein Fight? Auf Scarfield. Ja und? Hier haben wir auch 96, oder nicht? Was sieht ich? Äh, 48 bis 96. Ja, okay. Ist aber auch noch schön. Ey, das ist so schön, wenn die Fahrzeuge nur die Hälfte kosten. Wisst ihr das? Ja, wissen wir. Und das haben wir zu verdanken unserem guten Gameplay auf Ezra wir. Könnt du mal dran ersticken, der ist mir am Eigenlob, ja. Butor, wenn du mal irgendwas Sinnvolles tun würdest. Oh, der hat das Jumper-Chat-Fact. Der ist aber schnell noch umgehüpft. Wenn ich was Sinnvolles tue, das kriegst du gar nicht mit. Ja, Ewe. Das ist es, man kriegt nie mit, dass du mal was Sinnvolles tust. Anni, es war mein Kampf, ich bin Level 4, Platz 74. Ach, schade, dachte ich, ich war die Hälfte von Höhe. No, what? Und dabei kann die Lüge, ne? Du dachtest. Ich wurde von Toten Kopf getötet mit Null Prozent Schade. Tja, das ist bitter. Ich wurde einfach explodiert und dann war das so ein Totenkopf von Null Prozent. Cool. So, ich hab jetzt mal die Spawn-Biegen da weggemacht. So, ich ziehe mir mal wieder den nächsten Lightning, die kann man ja hier auf Massenprodukt fördern. Ach, du Scheiße, was da unten steht. Zum Glück hab ich einigermaßen gute Pick. Mir wird der Pick nicht mal angezeigt, das steht nur gut. Man, da kann sich ja froh sein. So, was das Spiel von dir nicht gewöhnt. Gute Pick. Was magst du gute Pick? Das ist das. Ich hab' den ganzen Tag guten Pick, Alter. Vielleicht haben wir mal ganz kurze Lecks, aber das waren 30 Sekunden, Alter. Nicht einmal. Sunny? Ist ein Sunny in der Nähe von der Satellitenschüssel? Ja, drei Stück. Und wir machen nix natürlich. Ich glaube, ich schäme Walter. Scheiß, Sunny's. Irgendwann, Jump it, no. Was willst du mit deinem Jump it? Heißt, schau mal so. Die, die Lip brennt. Oh, ja, ist das geil. Das war C4, aua. Aua. Hat weh getan. Aber ich hab ja doch die Hälfte erlebt. Ach, dammit. Haben wir in die Wege gepusht, also ich glaube, die kommen nicht mehr hoch. Gut, ich will's nicht beschreiben. Wir müssen jetzt den ihres Scheiß-Wossis von hier holen. Ich hab' immer noch nicht genug für meine Macs. Die Macs. Wir müssen den ihres Sunnys mal wegmachen, das sind, glaube ich, wichtiger. Das Ding hat, dass hat nichts von der wäre, um ehrlich zu sein. Doch, zwei Stück. Da, wo ich bin. Nur mal... Ah, ja, ich hab' auch einen gefunden. Zwei, und Brawler. Ach, du Scheiße, ich bin down. Ich bin auch schon wieder da. Vier Brawler. Ich bin viel zu schnell down. Ich wollte bestätigen, vier Brawler. Vier. Schön. Vier. Sie haben die solidische Schüsse, sie pushen wieder zu A. Oh, Dark hat wirklich wieder Panzer gezogen. Boah, Dark. Unser bester Mann. Jetzt fängt das Schleife an. Was, ich darf mir nicht viel Leidigen heißen. What? Du kannst ihn schon beleidigen, aber, naja. Jetzt wurde ich einfach direkt vom Smartroom gedeif. Oh, ne Runde Mitleid mit dem armen Sven. Oh. Oh. Armer Sven. Oh, ich hab' früher vielleicht kurz. Wäre ich wie in den Rücken geschossen, oder was? Ja. Fly Vergiftung. Ah, scheiß Moss hier, Alter. Wollte grad sagen, Fly Vergiftung durch Rückenschuss. Es ist so geil, man kann echt fast mit endlich Panzer ziehen, weil du so schnell wieder Punkte kriegst. Wenn du eine Panzer dauerst du das Geld für die Panzer schon wieder drin hast. Ich hole mal auch mal einen, wo holen denn die immer? Bei der Station an dem Panzer-Terminal. Also an der Station gibt's einen Panzer-Terminal? Ja. Und ich hab' Brawler weggeholt. Ah, da ist es ja. Ich komm' auch mal rüber. Ich will auch ein paar Punkte.